. Sex ist ein wichtiges Thema in seinem Leben. Philipp Roth vom Zürcher Oberland hat sich intensiv mit der positiven Seite der Sexualität, aber auch der Verfänglichkeit auseinandergesetzt. Der verheiratete Coach und Seelsorgerin Scheidehiebe ist zu Gast bei «Top of my Heart». Herzlich willkommen. Danke einmal. Du hast zwei kontroverse Bilder zum Start mitgebracht. So zwei Sexwelten. Ja, genau. Auf der einen Seite ist das ein schönes Playboy aus den 1995er Jahren. Dort war ich gerade etwa zwölf und habe mich damit befasst. Und das andere ist eine moderne Version der Bibel, die so für Buben oder Teenager ausgelegt ist, wo man genau diese zwei Spannungen hat. Also ich habe in meiner Vergangenheit christlich aufgewachsen und habe eben gewusst, die Bibel erzählt ein Bild von Sexualität, wo man sich jemandem verschenkt, einer Person, und das im Rahmen einer Ehe am besten und am geschützesten ist. Und dort dann auch wild und kuschelig wird, so wie es so ein Lied beschreibt. Und auf der anderen Seite habe ich eben das Playboy gehabt, wo man einfach, ja, da kommt man an alle möglichen Facetten von Sexualität, da kommen mehrere miteinander und möglichst dort, wo du willst und so wie du willst und dass es, ja, deinen Spass sozusagen hast. Und das sind so die zwei Welten, wo ich mich dann eben mit 12, 13, 14 auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass da recht ein Kampf stattfindet, in mir drin. Weil ich habe ja Treib, ich entdecke Selbstfriedigung und dann ist es einfach, so ein Playboy zu nehmen. Und dort sieht man ja schöne Frauen, das ist mal das eine. Aber es fängt an, in der Kultur der Selbstbefriedigung und in der Fantasie, an zu ungesund zu werden. Und das Ungesunde dahinter ist halt das, dass man sich immer mehr zurückzieht. Es geht immer noch um die eigene Sexualität, um die eigene Befriedigung. Es passiert so ein wenig im Stillen für sich und niemand kommt es mit über. Und das trainiert man sozusagen dann über Jahre. Also verstehe ich dich jetzt richtig? Du siehst eigentlich auch, dass das Bild einer Sexualität in einem Rahmen exklusiv mit einer anderen Person ist wild und schön, wie es sollte sein und gesund. Und das andere ist ungesund, führt uns ein bisschen zu einer Isolierung. Ja, genau. Und du hast das ein bisschen ansatzweise erlebt in deiner Teenie-Zeit. Hast du das erlebt, wenn du dich da drin hast und vielleicht etwas ein bisschen probiert hast, gerade in Form oder im Zusammenhang mit Playboy und so weiter, dass du nachher isoliert warst? Hast du das gespürt? Oder wo hast du dich das Ungesunde wahrgenommen? Oder wo war die Schwierigkeit? Für mich war es so, dass es mal beim Playboy angefangen hat. Dann kommt man irgendwann durch einen Kollegenkreis an einem Porno hin. Und dann sind es vielleicht mal einfach die Buse-Dauer-Werbesendungen, wo es nach um 12.00 Uhr mit nur um 900 oder was auch immer ausgestrahlt werden. Und dann führt das eine zum anderen. Und die Kultur und so eine wilde, egoistische Sexualität wird immer stärker. Aber alles so im Kämmeren oder im Stillen. Und was ist da draussen so schlecht? Ja, über Jahre isoliert es einen einfach immer mehr in diese Fantasie hinein. Und das reduziert die Sexualität noch um den körperlichen Aspekt rund um den Orgasmus. Und alles andere wird noch in der Fantasie gelebt. Eben so zu umschlungen sein oder die Nähe, die Liebe, die Sehnsucht aufeinander, das Warten einander zu verschenken hat überhaupt keinen Wert mehr. Sondern man nimmt jetzt das, was ich will, so wie ich will. Und macht es mir so, wie ich will. Und das ist einfach für eine Beziehung ein schlechtes Fundament. Aber wenn du dann nachher in Beziehung hast, ist dir das nicht anders? Ja, alles, was man über Jahre antrainiert, bringt man nicht so schnell weg. Das ist einfach wie bei allem so. Man kann Raucher fragen, die möchten aufhören. Die haben immer vielmals aufgehört. Und bei der Pornografie und bei den Beratungen, die ich mache, merke ich einfach, es ist ein antrainiertes Thema. Und das bringt man nur mit Aufwanden weg, mit dem Gespräch darüber. Und oft lügt man sich selber noch an und denkt sich, in der Sexualität habe ich dann das Problem nicht mehr. Aber es ist eben über Jahre antrainiert und es ist dann nicht so einfach weg. Du hast es ja selber erlebt. Also der Sex in der Form wahrscheinlich, die du gewünscht hast. Das ist deine Freude, oder? Genau. Da sind wir in den Flitterferien an einen schönen Ort gereist. Und mit 25 habe ich geheiratet und ihr dort in den Flitterferien die Sexualität geschenkt, in dem Sinne. Also haben wir vorher nie Sex gehabt. Und ja, dort ist es so für mich, es hat so das angefangen sich auszuzahlen, was ich vorher mit Gott am Ringen gewesen bin. Weil ich ja auch meine Sexualität habe. Mein Körper will ja das auch, wir sind ja sexuelle Wesen. Und mindestens einmal im Monat hat man eben das Bedürfnis. Und das dann eben, gesund zu kanalisieren, das kostet Aufwand. Und ich habe Gott manchmal gesagt, stelle doch den Schalter einfach rum. Ich brauche ja das erst in der Ehe. Und das ist so für mich das Ringen gewesen. Also wirklich mich jemandem zu schenken und nicht einfach eine egoistische Sexualität. Weisst du das egoistisch, wenn du die Treiben hast, die hast ja für irgendetwas, hast ja dich. Also ich nehme an, die sind ja, genau wie du gesagt hast, warum nimmst du es nicht weg? Die sind ja für etwas, sind du denn nur da, um zu unterdrücken? Nein, überhaupt nicht. Es geht ja um das Mass bei allem. Also beim Alkoholtrinken kann man ja gerne das geniessen. Aber irgendwo kippt es. Und das ist bei der Sexualität eben auch so. Es gibt ein Mass, das gesund ist. Und das hat auch immer eine Bandbreite. Bei einem braucht es mehr, bei einem braucht es weniger. Aber oft wird das dann eben auch einen überspannten Bogen mit der Pornografie. Weil man halt einfach nimmt, nimmt, nimmt und das wird dann zu einer Sucht. Und das ist dann definitiv nicht mehr förderlich. Jetzt mal von der Pornografie weg, wenn wir rein von Sexualität reden. Du hast vorhin gesagt, ich könne den Sex quasi sparen bis zur Ehe. Das habe ich so erleben dürfen. Die Bibel redet da nicht klar. Du redest von der biblischen Wertung. Was ist denn deiner Erfahrung noch, oder wie hast du es denn gemacht, dass du sagen kannst, wow, ich habe das als etwas Megaschönes erlebt und ich konnte es auch zelebrieren. Aber ich habe in einem vergangenen Jahr, wie bist du mit der Sexualität? Ich sage jetzt nicht Sex, sonst umgegangen. Ja, also was mir mega hilft, auch heute noch, ist, wenn ich reizvolle Sachen sehe, egal auf welchem Kanal, dass ich sie eben in die Ehe und in die Sexualität hineinprojiziere, die in meiner Ehe stattfindet. Vorher konnte ich das natürlich noch nicht, weil ich noch eine Beziehung hatte. Und dort habe ich einfach gemerkt, okay, die Reize und die Bilder, die ich sehe, die lösen etwas aus. Und ich wollte es einfach nicht weiter in eine Ebene hineinleben, wo es dann so massiv ist, dass es negative Folgen hat. Und so habe ich mich einfach versucht, die Kultur, die entsteht, dann wieder zu reduzieren, Schritt für Schritt. Also einfach anfangen, nicht mehr, ich weiss nicht was, alle erotische Inhalte zu suchen, sondern vielleicht einfach mal Bikini-Girls anzuschauen und dann merken, was spricht mich an etc. Und dann merke ich, das wünsche ich mir für die Zukunft, für die Ehe. Und dass eben dort hinein die Wünsche, die entstehen, die Bedürfnisse, eben dort zu parkieren und dorthin zu projizieren, wo es dann schlussendlich auch gesund und leidenschaftlich gelebt werden kann. Also verstehe ich dich richtig, dass Sexualität ist nicht etwas Schlechtes aus deiner Sicht, sondern etwas sehr Positives und sehr Leidenschaftliches. Ja, absolut. Das war der Ort, wo ich meine Sexualität verschenkt habe. In diesem Palast? Ja, genau. Das ist ein schönes Hotel. Hast du ja gerade schön celebriert. Genau. Und das ist auch, weil ich es in meiner Jugend immer die Hoffnung hatte, dass die Sexualität sich dann auch auszahlt, weil ich sie ja möchte mit jemandem leben und verschenken, dann war das für mich das verheißene Land, wo man auch davon spricht, die sich ja schon irgendwann mal auszahlen sollte. Und das habe ich auch immer so erlebt. Und gleichzeitig erleben wir natürlich auch in der Ehe. Und wer ein Kleinkind hat, der weiss, dass da ist Sexualität nicht immer so einfach zu leben, wie wenn man einfach frisch, fröhlich zu Hause ist. Und dann gibt es vielleicht auch Monate, in denen es auch nicht funktioniert oder es gar nicht so die richtigen Momente gibt. Und dort habe ich wieder gemerkt, wie wertvoll das ist, dass ich gelernt habe, nicht einfach das selber irgendwie zu befriedigen und mich irgendwo sonst in einer Gedankenwelt befinden, sondern die Sehnsucht zu bewahren und dann auch noch dorthin zu verschenken, was auch nicht gehört eben zu meiner Frau und unserer Intimität. Jetzt schaffst du heute als Coach und Seelsorgerin in diesem Bereich. Das ist dir ein wichtiges Thema. Du gibst hier viel weiter. Also zum Abschluss. Was ist ein wichtiger Schlüssel, den du hast und mitgibst, für eine gesunde Sexualitätsleben? Ja, ein Schlüssel, den ich sehe, ist der, dass wir anfangen darüber zu sprechen. Es passiert so viel im Dunkeln. Diese Kultur, die entsteht, über diese redet man nicht und über diese Wünsche. Und darum, auf diesem Grund, habe ich so einen E-Mail-Kurs entwickelt, damit die Leute schon mal ganz simpel, kostenlos sensibilisiert werden, auf das, was hinter den Kulissen alles abgeht. Was passiert denn, wenn ich darüber rede? Was wird denn besser? Ja, eben, ich verstehe, was da für Bedürfnisse sind. Gerade als Teenager merke ich auch, darum finde ich jetzt die Frau z.B. attraktiv. Das ist ein Wunsch in mir, etc. Und das Reflektieren nur schon, was alles abgeht unter der Sexualität. Merci vielmals, dass du hier so offen und ehrlich über dieses Thema gesprochen hast. Danke auch. Weiterhin alles gut. Danke euch auch, was seid ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ade miteinander.